Außengalopp, dritter Hufschlag. Und du galoppierst einfach den dritten Hufschlag entlang und fragst mal, ob du ihn leicht recht stellen kannst, ohne dass der Körper irgendwo hingeht. Du willst nur die Kanasche haben. Heb die Hand notfalls an. Weiter galoppieren. Eigentlich wollte ich gar keinen Wechsel. Du spürst oder du stellst dir den Rhythmus vor. Also nicht denken, jetzt reite ich Passage, jetzt reite ich Piaffe, sondern du spürst, zack, zack, zack und nimmst das innen auf die Stelle mit. So, linker Schenkel ein bisschen dran. Ruhe. Abfangen seitwärts, abfangen seitwärts. Jawohl. Jawohl, lob sie. Sehr schön. So, hallo zusammen. Mein Name ist Britta Schöffmann. Weiß nicht, ob ihr mich kennt. Wenn, dann kennt ihr vielleicht meine Bücher, meine Filme. Das hier, wo ich hier sitze, das ist mein Kreativsessel, wenn die Herrschaften mich kreativ werden lassen. So Bücher wie hier, dieses hier oder Burpela. So mein Lehrfilmen. Und ja, auch Artikel schreibe ich hier, weil ich bin ja eigentlich im Erstberuf Journalistin. Und so ist das Ganze nachher, hat sich das so verselbstständigt, dass ich so eine Kombi mache aus Lehrartikeln schreiben, Lehrbücher schreiben, Lehrfilme machen. Und natürlich auch Lehre in der Praxis. Das heißt, ich gebe Unterricht, gebe Lehrgänge. Scheint sich das im Laufe der Zeit super ergänzt zu haben. Weil meine Bücher werden, oder überhaupt das, was ich an Medien, Filme, Bücher und so, Artikel, die werden natürlich immer wieder unterfüttert von dem, was ich praktisch mit den Reitern mache. Ich habe immer Situationen, da denke ich dann schon beim Unterricht geben, da kann man eigentlich auch mal eine Geschichte draus machen. So, und jetzt klappe ich mal meinen Laptop zu. Jetzt ist jetzt nicht mehr die Zeit der Theorie. Ich fahre jetzt mit euch zum Luisenhof nach Krefeld. Was ist das heute für einen, den hast du mal mitgebracht? Ja, ganz genau. Den reite ich hier und da im Unterricht. Und, also, ja, zum Beritt im Grunde, ja. Den hast du auch zum Beritt und gibst da viel im Unterricht, gut. Ja, genau. Wie weit geht er so? Also, er macht M-Lektionen. Fliegende Wechsel zur einen Seite gut, zur anderen Seite nicht so gut. Also, aber, ja, das ist M. Bereit ruhig ein paar Runden mal, lass ihn mal traben, dass ich mir mal ein Bild machen kann, dass der Hals etwas offener wird. So, so, und ein bisschen ruhigeres Tempo. Auch hier gar nicht so Gas geben. So, und jetzt, jetzt gehst du wieder ins Aussitzen und guckst, ob er mitspielt. Jawohl. So, gut. Galoppierst ihn mal an. Streckst deinen Sitz. Locker, flockig, linke Hand wieder. So. Willst du mir einmal, wo du sagtest, der macht den einen Wechsel ganz gut, den anderen manchmal nicht so, willst du einmal mir die Wechsel zeigen, dass ich dir vielleicht so ein paar Tipps mitgeben kann, wie ihr weiter daran arbeiten könnt? Nimm erst den, der besser ist. So, nicht so, die linke Hand, die linke Hand, aufpassen, vortreiben, die Nase wird zu eng. Ja, der war okay, der war sauber, ein bisschen flach, aber sonst ganz gut. Bisschen vortreiben. So, ist gut. So, einmal, nein, 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 ich würde gar nicht nochmal versuchen. Parier einmal durch zum Schritt. Beim ersten Wechsel, der war sauber und gut, aber was mir aufgefallen ist, der galoppierte, ohne dass er eine halbe Parade kam und wechselte. Dadurch war der Wechsel was flach. Auf der Hand, wo es schwieriger ist, ist das Fehlen der halben Parade vor dem Wechsel für ihn ein Problem. Kommst du noch einmal dahin und versuchst mal dahin zu galoppieren, als würdest du sagen, als würdest du einen Stahlsprung vor dir sehen. Hände freitragen, du galoppierst, 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 bremst, wechsel, bremst, ist die, jawohl, loben, wunderbar, da war er. Aber da hast du gemerkt, das war schon ein Unterschied. Das ist klar, wenn du eine halbe Parade vor dem Wechsel reitest, also kommst du galoppieren, galoppieren und die halbe Parade bringt ihn dir einmal da runter und dann ist der Wechsel selber der Sprung nach vorne. Wenn der so ein bisschen auf den Kopf dahin kommt und du legst dann um, wird die Flugphase zu kurz. Und je länger und größer die Flugphase ist, ist ja eigentlich logisch, deshalb schöner kann ein Pferd wechseln. Wenn der ein bisschen am Boden haftet, dann hat der gar keine Zeit zum Wechseln. Ich bin Lena Wackes und bin jetzt 21 Jahre alt und ich bin irgendwie schon, seitdem ich acht Jahre alt bin, reite ich glaube ich schon bei Gritta. Ich kenne uns schon so lange und das funktioniert echt super. Ich freue mich immer wieder, was Neues von ihr zu lernen. Und ja, jetzt habe ich hier meine sechsjährige Sturte, Milli, mitgebracht und wir befinden uns gerade auf dem Weg sozusagen zur Desufere der M. Mit Lena und Millie, das macht wirklich immer Spaß, weil Millie haben wir gemeinsam entdeckt, da war sie drei Jahre alt. Es war gar nicht geplant, einen Dreijährigen zu kaufen, weil das ist natürlich auch ein ganz, ganz langer weiter Weg. Aber wir haben sie im Freilauf gesehen, da haben wir schon beide gedacht, uff. Und die war gerade ganz lose angeritten und Lena hat sich draufgesetzt und gleich wohl gefühlt. Man konnte dann natürlich noch nicht viel machen. Ja, aber die Zeit geht schnell um. Jetzt ist sie sechs, also am Anfang denkt man, das dauert 100 Jahre, aber das geht dann doch relativ flott, dass sie älter werden. Und das sehe ich natürlich an Lena. Als Lena mit mir angefangen hat zu arbeiten, da hat sie Reiterwettbewerb geritten, war etwa so groß und hatte Zöpfchen. So, jetzt leg mal los. Du hast ja eben im Hintergrund schon ein bisschen gelöst. So, da sieht man, wie viel sie von hinten auch schieben kann. In dem Alter ist es natürlich wirklich, was heißt in dem Alter, ist es immer wichtig, dass ein Pferd eine gute, korrekte Grundausbildung hat. Man muss immer wieder, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, zurück zur Basis gehen. Das ist manchmal so etwas blöde, langweiliges, wie gerade eben die Übergänge, Trab, Galopp, Trab, Galopp, immer mal wieder aus der Hand gauen lassen, damit man immer wieder die Rückmeldung vom Pferd kriegt. Und sie ist jetzt auf dem Weg zur Dressurpferde-M. Wir fangen jetzt an, sie mehr von hinten zu schließen. Sie muss aus dieser großen Schubkraft, die sie eigentlich hat, jetzt immer mehr Tragkraft entwickeln. In einem Jahr wird sie hoffentlich einen runderen Hintern kriegen. Was wir als Frauen eigentlich gar nicht so wollen, so einen Hintern, den wollen wir beim Pferd haben. Also, dass sie richtig einen runden Poppes kriegt. So, jetzt nimmst du sie mal auf, fängst an auszusitzen, zu traben. Reiz doch mal ganz zur Bahn, mach es mal an die Schulter rein, mal eine Traversale. Aufpassen, Genick. So, streichst da auch in der Traversale mal über. So, ja, das ist nicht schlimm. Ich lasse das die Reiter gerne mal machen, auch in den Traversalen, in den Seitengängen, wirklich mal beide Hände wegzugeben. Meistens macht man das ja mit dem inneren Zügel, um zu schauen, ob das Pferd an den äußeren Hilfen ist. Mit dem Überstreichen, ich möchte auch den Reitern immer wieder zeigen und beibringen, dass ganz viel, wenn das gut funktioniert, über die reine Sitzhilfe geht. Also, Schenkelhilfe, Gewichtshilfe, das richtige Drehen des Körpers. So, linker Schenkel ein bisschen dran, Ruhe, abfangen seitwärts, abfangen seitwärts, jawohl, jawohl, lobsi. Sehr schön. Und es gibt Pferde, die springen ganz natürlich um. Man wechselt Diagonale, so ein bisschen schönes, lockeres Tempo. Manche Pferde sagen, kein Problem, springen um. Kann man sich freuen. Sind natürlich die wenigsten. Die anderen Pferde fangen dann an, in der Versammlungsarbeit die Kraft zu kriegen, umzuspringen. Da gibt es natürlich auch immer viele Probleme. Die einen springen gar nicht um, die nächsten springen Kreuzgalopp, die nächsten machen eine Verzögerung hinten. Pferde wie Milli, die so ein bisschen elektrisch sind, können auch schon mal sagen und Tschüss und Gas geben. Auch hier, ein Pferd soll ja nie Angst vor einer neuen Lektion kriegen. Lena hat jetzt so ein bisschen rausgefummelt, rausgefusselt, gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn sie mit der Stute aus einer Galopp-Traversale kommt. Warum Galopp-Traversale? Wie gesagt, in der Galopp-Traversale versammelt sich das Pferd etwas besser. Sie sitzt etwas besser. Sie hat eine Längsbiegung drin, was wiederum auch ein bisschen das Pferd daran hindert, einfach nach vorne wegzulaufen. Sie sitzt auch im Hinterbein, sie hat ein bisschen mehr Zeit vorzubereiten. Wir gucken mal, ob das heute funktioniert. Letzte Tage hat es super funktioniert. Kann natürlich auch anfangs immer noch schief gehen, was aber auch egal wäre. So. So. Ganasche. So, ist gut. Jawohl. Galoppieren, 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 galoppieren. Richtig. Wenn Lena da jetzt gewechselt hätte, wäre der kaputt gegangen. Das hat sie gespürt. Die Stute drückte weg, Hinterhand ein bisschen. Gut. Hand etwas tiefer führen und wieder treiben, wieder treiben. So. Immer wieder treiben. Auch ein Pferd, was elektrisch ist. Treiben heißt ja, ich habe Einfluss aufs Hinterbein. Und wenn die vorne so lose wird, dann ist das immer ein Zeichen, dass das Hinterbein gerade nicht genug ist. Die wird wieder zu eng. Aufpassen. So. Mehr galoppieren. Loben, 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 zügellang, zügellang, loben, zügellang, durchparieren. Also erst durchparieren, dann zügellang. So. Durchparieren, durchparieren, zügellang, klopfen. So. Das hätte auch anders sein können. Der war jetzt da, der war sauber, der war spannig. Gar keine Frage. Aber sie ließ sich reiten. Und man muss immer gucken, dass man die Pferde bei Laune hält. Und dass man jetzt nicht, jetzt könnte man sagen, super, der hat geklappt, jetzt reite ich noch zehn oder nein. Zufrieden sein, lang lassen, durchpusten lassen. Das Pferd muss das Gefühl haben, ich habe gerade was richtig gemacht. Das ist ganz wichtig. Die Britta Becker, die kommt gleich. Wer immer treuer Aquitana-Besucher ist, der weiß auch, wer Britta Becker ist. Britta Becker ist die Besitzerin von Fioreto Festival. Der ist also auch schon oft auf der Aquitana gewesen. Die Lena reitet den seit nunmehr. Vier? Nee, sechs Jahre. Sechs? Mein Gott, die Zeit vergeht. Und die Britta Becker bringt gleich noch mit den Cirque. Das ist auch so ein heißes Gerät. Und das sind beide Pferde, die Lena auch reiten kann. Und dann hat sie gesagt, komm, dann nutzen wir hier heute diesen Termin, um hier schön auf dem Außenviereck mal zu trainieren, weil die Pferde stehen weiter weg. Wir können also nur ab und an mal gemeinsam was machen. Aber das macht Lena in der Zwischenzeit super, auch schon alleine. Wie gesagt, nach all den vielen Jahren weiß sie auch, was ich sagen würde, wenn ich da stehen würde. Und hin und wieder halte ich mal ein Auge drauf. Das ist auch ein Sechsjähriger. Das ist der Sucu. Und der ist von der Britta Becker. Der auch, genau, als Britta Becker ist sie auch die Besitzerin von Fioreto Festival. Das bin ich auch noch regelmäßig freite. Und genau, er ist sechs Jahre alt, auch schon die Schuhpferde M platziert und stammt ab von Skuderia McWaterbeck. Und ja, genau. Ja. Arbeiten so, geht so weiter die M-Lektion weiter aus. Genau. Und ist auch, ich kann nur sagen, Lena hat totales Glück, tolle Pferde von auch Britta zur Verfügung zu haben. Ist auch ein ganz tolles Pferd. Und ich glaube, die beiden können auch zu einem wahnsinnig guten Team zusammenwachsen. Die sind jetzt schon ein gutes Team. Auch eher ein heißes Gerät. Auf eine andere Weise. Aber wie gesagt, die heißen Geräte, die braucht man letztlich irgendwo so ein bisschen im Sport. Weil wir wollen ja, dass die Pferde Spaß dran haben. Und man sagt ja immer, die Dressurpferde hätten alle einen Knall. Man sieht hier eigentlich sehr schön, obwohl das heiße Öfen sind, dass die schon gelassen sein können, was so Umweltreize angeht. Aber wir haben ja eben Millie gesehen, auch hier Sir Q und auch Fio, die gehen auch jeden Tag auf die Wiese. Stunden, nicht nur mal ein halbes Stündchen. Jetzt nimmst du den nochmal auf. Jetzt wirklich spüren, verändert sich der Schritt. So, so ruhig lange Schritt reiten, treiben. Du treibst die Nase vor, der ist zu eng, du treibst die Nase vor, du gibst ihm nach. So. Und dann trabst du an und dann fasst du erst nach. Der hat ja einen unglaublichen Ablauf. Aber du musst aufpassen, dass der dabei nicht vor Schönheit stirbt. So, wieder Hinterbein. Und wieder loslassen. Eine schöne Parade zum Halten. Schön heißt, deine Hilfen sind optimal. Auch immer wichtig für jeden Reiter. Je perfekter. So, die Hilfen jetzt. Wenn man jetzt pingelig ist, sagt man, Parade war leicht gegen die Hand. Er hat den Rücken ein bisschen runtergedrückt. So, jetzt steht er ganz gut. So, das Tempo würde ich auch in der Prüfung reiten, Lena. Und vor jeden Ecken denkst du wieder, er könnte piafieren. Das heißt, du treibst ganz kurz, schneller in die Hand. Schneller hinten werden, der ist zu langsam. Aufpassen. So. So. Jawohl. Noch zwei Traversalen. Eine rechts, eine links. Dieses Abkippen in den Ecken passiert hier oft. Das heißt aber einfach nur, so eine Ecke, da wirken ja Fliehkräfte. So. Jetzt reizt wieder rüber. Hand fallen lassen. Macht nichts, macht nichts. Wenn du merkst, genau, Schulter rein, richtig. Und warte in Ruhe. Und jetzt traversierst du weiter. So, Lena hat ganz richtig festgestellt, er wurde in der Traversale fest, stark, fing an zu schweben. Und dann nützt es auch gar nichts zu sagen, jetzt traversierst du aber, um Teufel komm raus, da rüber. So, sie hat dann in ein Schulter rein aufgelöst. Gut, gut, jawohl. Gut, das war viel besser. In ein Schulter rein aufgelöst und dann noch ein Trittchen Traversale geritten. Das ist viel besser, als sich zu streiten, zu quetschen, zu machen. So, jetzt hat Lena die Gärte, also das Tuschieren, zusätzlich zur Wade genutzt, um den hier hinten schneller und fleißiger zu haben. Warten, 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 der torkelte. Gut. Gut. So, Lena hat jetzt ja eben gespürt, dass der in der Galoppade, sie hatte da einen fliegenden Wechsel gedacht, dass der da so ins Schwimmen kam. Jetzt macht sie das ganz richtig. Jetzt hat sie erstmal gesagt, ich mache wieder einen Schritt zurück und reite ein paar Galopp-Schrittübergänge. Damit bringe ich mir das Pferd aufs Hinterbein. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Mach es durchlässiger. Und kann nachher den Wechsel selber besser vorbereiten, denn die Vorbereitung ist es. Äußere Schenkel ein bisschen mehr dran, dann ging die Hinterhand weg. Ruhe. Gut, gut, gut. Ruhe, Ruhe. Aber galoppieren, galoppieren ein bisschen nach vorne. So. So, das ist gut. So. Bis der anfängt wieder auf dich zu warten. Das ist wichtig. Es ist völlig egal, welche Lektion ich reite. Das Pferd sollte lernen zu warten. So. Jawohl. Und er wollte ihr schon beim Abwenden vorausnehmen. Ich weiß, ich weiß, da kommt gleich diese Sache mit dem Fliegenden. Und wenn man dann versucht, ihn davon abzuhalten und dann doch einen reitet, dann wird ein Pferd immer hektischer. So. In solchen Fällen macht ihr einfach so, dass ihr... Mal weg die Hand, mal überstreichen wieder. Damit rechnet der gar nicht. Gut. Weiter galopp. So. Mach es dann doch mal. Weiter, 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 weiter. So. Genau. Weil der weiß schon, wo der Punkt ist, wo du deinen Wechsel reiten willst. Und du kommst ja schon gar nicht mehr in der Vorbereitung zu dem Punkt hin. Deshalb musst du dann sagen, wir reiten den halt später. Oder vielleicht gar nicht. Oder vielleicht wohl. Hier haben wir jetzt hier Röte Festival. Er ist zwölf Jahre alt. Und er ist ein Erfolgspferd bisher. Und genau, 2019 und 2020 waren wir zusammen auch im Landeskader im Rheinland bei den Reitern und auf S-Livee unterwegs. Und auch relativ erfolgreich soweit. Und jetzt gerade befinden wir uns auf dem Weg zur S-Drei-Sterne und erarbeiten da so ein bisschen die neuen Lektionen. So Piaf Passage und die neuen Einer-Wechsel, die noch anzukommen. Und die ganze Tür retten. Ja, genau. Und dann legst du, würde ich sagen, jetzt einfach mal los. Du löst den genauso wie die anderen. Denn das muss man immer sagen, die lösende Arbeit, die unterscheidet sich nicht allzu sehr davon, ob ein Pferd viel kann oder wenig kann. Es geht immer darum, dass man mit dem Schritt anfängt. Dass man so anfängt mit den, ich sag mal, einfachen Übergängen. Trab-Schritt-Übergänge, die Trab-Galopp-Übergänge, große gebogene Linien, nachher kleinere. Und wenn du dann nachher nach dem Lösen eben so ein bisschen arbeitest, dann gucken wir mal nach den, ich sag mal, speziellen Lektionen. Und dann reizt du vielleicht nachher auch einmal die Aufgabe durch, die du dir vorgeschnommen hast. Ob das dann klappt, müssen wir sehen, weil das ist das erste Mal, dass du die Prüfung dann mal reitest oder die Aufgabe durchreitest. Aber löst den jetzt einfach mal ein bisschen. Alles gut. Loben, loben, loben. Gut. Super. Dann kommst du an der kurzen Seite mal ins Piafieren. So. Weißt du nochmal raus, der Übergang war nicht schön. Der war auch nichts. Lass dir Zeit, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Du spürst oder du stellst dir den Rhythmus vor. Also nicht denken, jetzt reite ich Passage, jetzt reite ich Piaffe, sondern du spürst, zack, zack, zack und nimmst das auf die Stelle mit. Gut. Gut. Und dann nimmst du es wieder ins Vorwärts mit, diesen Rhythmus. Weiter. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. So, lob ihn. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020